Welchen Stellenwert hat die Düngung für die Menschheit? Gegenwärtig hungern auf der Welt mehr als eine Milliarde Menschen. Das Ziel, die Zahl der Hungernden zu reduzieren, ist verfehlt. Und nicht nur, dass die Menschen hungern. Nein, täglich verhungern 20.000 Menschen. Das muss man sich mal vorstellen. Wenn wir die Mineraldüngung nicht hätten, dann würden es weit mehr als doppelt zu viel sein. Das heißt, ohne Mineraldüngung wäre die Ernährung eines großen Teils der Menschen überhaupt nicht gesichert. Im ökologischen Landbau wird auf die Verwendung von Mineraldünger und von chemischen Pflanzenschutzmitteln verzichtet. Die Vertreter des ökologischen Landbaus nehmen für sich in Anspruch, ökologisch zu wirtschaften, aber das ist ein Irrtum. Gehen wir einmal von den unumstrittenen Fakten aus. Bei Verzicht auf Mineraldünger und chemischen Pflanzenschutz werden nur rund 60 Prozent der Erträge erzielt, die im konventionellen Landbau erreicht werden. Bei Getreide nach der offiziellen Statistik 57 Prozent. Das heißt, für die gleiche Menge an Nahrungsmitteln brauche ich 50 Prozent mehr Fläche. Trotz optimistischer Zielstellungen und Prognosen beträgt der Anteil am ökologischen Landbau gegenwärtig nicht einmal 6 Prozent. Dafür gibt es aber relativ viele Skandale, die man gerne verschweigt. Ich erinnere an den Nitrophen-Skandal im Jahre 2002, also vor zehn Jahren. Der geschätzte Schaden beträgt 500 Millionen Euro. Dann vor zwei Jahren der Dioxin-Skandal mit der Verlautbarung Dioxin in Bio-Eiern, was damals sehr viel Staub aufgewirbelt hat, inzwischen scheinbar wieder in Vergessenheit geraten ist. Und ich erinnere auch an E-Hack, das einen Ausgang von einem Bio-Betrieb genommen hat. Die Vorteile der Bio-Nahrung sind nicht nachweisbar, wie auch die Stiftung Warentest nachweisen konnte. Es gibt keine Unterschiede zwischen konventionellen und ökologisch erzeugten Nahrungsmitteln. Das Institut für Lebensmittelhygiene in Leipzig hat viermal höhere Gesamtkeimzahlen bei Schweinefleisch festgestellt und deutet dies als Problem bei der hygienischen Gewinnung von Öko-Fleisch. Die Kosten für Ökoprodukte sind doppelt so hoch. Öko ist an sich nur lebensfähig aufgrund hoher Subventionen und hoher Preise, die die Menschen bezahlen, weil man ihnen Vorzüge einredet, die nicht gegeben sind. Es hat wenig Sinn, auf fünf bis sechs Prozent der landwirtschaftlichen Nutzfläche vermeintlich ökologisch zu wirtschaften, mit hohen Aufwendungen und hohen Subventionen, wobei Vorteile nicht gegeben sind. Ziel muss es sein, auf 100 Prozent der Landwirtschaft in Nutzfläche ökologisch und ökonomisch zu wirtschaften, aber nicht ohne Mineraldüngung und nicht ohne chemischen Pflanzenschutz. Im vergangenen Jahr hat die Bundesministerin Frau Aigner gesagt, wir brauchen eine Ertragssteigerung von 3,3 Prozent bei Getreide. Davon sind wir weit entfernt und wenn wir den ökologischen Landbau weiter ausdehnen, heißt das nichts anderes, als dass die Erträge zurückgehen. Denn zwangsläufig ist der ökologische Landbau mit einem Ertragsrückgang verbunden. Und man könnte manchmal sarkastisch meinen, es wird der Slogan verfolgt, der gesündeste Tod ist das Verhungern. Man kann die Probleme des 21. Jahrhunderts nicht mit dem Kenntnisstand des 19. Jahrhunderts lösen wollen. Ich verweise hier auch auf Liebig, der hat einmal vor mehr als 150 Jahren gesagt, es wird eine Zeit kommen, wo man den Acker, wo man jede Pflanze, die man darauf erzielen will, mit dem ihr zukommenden Dünger versieht, den man in chemischen Fabriken bereitet, wo man nur dasjenige gibt, was der Pflanze zur Ernährung dient. Dank der erfolgreichen Forschung auf dem Gebiet der Pflanzenernährung und Düngung weiß man heute sehr genau, welche Nährstoffe die Pflanze braucht, in welcher Form, in welcher Menge und zu welchem Zeitpunkt. Mit diesem Wissen werden heute hohe Erträge bei guter Qualität und bei geringer Umweltbelastung erzielt. Wir haben 1950, also vor etwa 60 Jahren, noch ein Düngungsniveau zum Beispiel bei Mineraldüngerstückchen von 30 Kilogramm Hektar. Wir haben inzwischen die Erträge mehr als verdoppelt bei vielen Fruchtarten und haben heute ein Ertragsniveau, was die Ernährung der Bevölkerung weitgehend sichern kann bei vernünftiger Anwendung des Kenntnisstandes. Und das ist der Weg, den der Verein zur Förderung einer umweltgerechten Düngung gemeinsam mit den Wissenschaftlern und Praktikern verfolgt. Im Mittel werden von der landwirtschaftlichen Nutzfläche Deutschlands in Deutschland heute rund 15 Tonnen CO2 aus der Atmosphäre entzogen und mit der Ernte abgefahren. Annähert die gleiche Menge bleibt mit den Ernt- und Wurzlückständen im und auf dem Boden. Hier wird ein großer Vorteil für die Umwelt sichtbar. Aber mit diesem Anwendungsver NAFIR